So, jetzt hat Hallo. Und zwar heute möchte ich mal was erzählen, aufbauend auf dem, was wir das letzte Mal hatten. Da hat man uns ja in der Veranstaltung über P5JS eben unterhalten. Also das heißt, diese JavaScript-Bibliothek zum Zeichnen von Graphen auch, die man eben jetzt ganz einfach nutzen kann, um irgendwie überhaupt mal irgendwelche Grafiken zu zeichnen und Interaktionen zu machen. Und heute möchte ich nochmal das Thema ein bisschen verfeinern. Das letzte Mal, da ging es ja im Prinzip um das Thema Mapping. Das heißt, wie mappe ich sozusagen die Daten auf visuelle Variablen. Das heißt, die einzelnen Einträge, meinetwegen in einer CSV-Datei, die einzelnen Spalten sozusagen. Das heißt, diese Features, wie mappe ich die auf visuelle Variablen wie X, Y, Achse, Farbe und so weiter. Das hat man das letzte Mal. Was wir eben noch nicht so besprochen haben, ist einfach jetzt das Ganze, wie funktioniert das mit hierarchischen Daten. Das heißt, wir haben ja auch bei CSV-Dateien, die sind ja mehr so im Prinzip wie Tabellen aufgebaut und eher weniger hierarchisch. Was natürlich aber auch sein kann, dass die irgendwo eine Beziehung untereinander noch haben. Aber diese Baumstrukturen, wie es eben in JSON-Dateien vorkommt, wie man die eben gut darstellt, das möchte ich mal vorstellen. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Und wir haben ja das Thema Graphen auch schon erwähnt. Das heißt, wie werden Graphen eigentlich überhaupt im Computer gespeichert. Das gibt es ja auch schon im Prinzip als Aufzeichnung. Und da möchte ich jetzt noch aufbauen und das eben jetzt mit P5JS nochmal zeigen. Ich möchte bloß nochmal vielleicht den ein oder anderen praktischen Tipp geben. Und zwar, Moment, das kann ich mal kurz zeigen, wenn Sie, da war nämlich jetzt auch eine Frage, wie kann ich jetzt zum Beispiel so eine HTML-Datei einfach jetzt im Browser öffnen. Das ist ja eigentlich normal was Trivial, da klicke ich drauf und dann geht die auf. Aber wenn die eben so Daten nachlädt, wie es wir eben haben bei diesen ganzen Sachen bei P5, also da ist es so, dass ja da was nachgeladen wird. Und dann ist das teilweise aufgrund der Sicherheitseinstellungen des Browsers ja nicht möglich. Und deswegen muss man irgendwo so eine Art Web-Server starten. Ich kann das jetzt mal kurz demonstrieren. Ich werde das jetzt mal hier nochmal neu machen. Kleinen Augenblick. Genau, also ich zeige Ihnen mal kurz. Ich habe hier eine Datei. Das ist einfach so eine Index-Datei. Und die möchte ich eben gerne aufmachen. Ich muss bloß mal in den Pfad hier rein. Und zwar bin ich jetzt in der bis in dieser In dem Ordner bin ich jetzt. Ich muss mich quasi in den Ordner navigieren. Also hier nochmal. Ich bin Das sieht man. Moment, muss man ein bisschen Ja, also hier unten im Terminal sozusagen. Ich muss im Prinzip ein Terminal aufmachen. Das kann ja unter Windows eben dieses CMD sein. Oder unter Mac und Linux eben diese Shell. Also diese Z-Shell ist es ja hier jetzt aktuell. Oder es gibt diese Bash. Also die muss ich aufmachen. Das kann ich ja auch einfach so machen, indem ich hier Terminal zum Beispiel tippe. Da bin ich auch in den Terminal sozusagen. PwD ist Print Working Directory. Da bin ich dann im aktuellen Verzeichnis. Da sehe ich dann, wo ich bin. Hier zum Beispiel bin ich in den Users. Dieter Meider, das ist das Home Verzeichnis. Unter Windows ist das ein bisschen anders. Da gibt es zum Beispiel nicht diesen LS Befehl wie Directory Anzeigen, sondern das ist dann einfach DIR, heißt der dann. CD ist genau das Gleiche. Das heißt eben Change Directory. Und da muss ich aber im Prinzip, also wenn ich zum Beispiel eine Ebene weiter oben bin, LS, da bin ich jetzt quasi in dem Pfad, wo meine Beispiele sind. Und da möchte ich jetzt in diesen GraphVis P5 Ordner rein. Da muss ich eben CD GraphVis P5 machen. Dann change ich das Directory. Dann bin ich da drinnen. Und da ist zum Beispiel meine Index HTML-Datei drinnen. Und jetzt möchte ich da die öffnen. Das heißt, das kann ich ja mal versuchen, indem ich die einfach direkt im Browser anklick. Das heißt, ich bin hier auch in dem Ordner. Und wenn ich das jetzt hier anklick, dann funktioniert es sogar. Das heißt, manchmal funktioniert es. Aber das funktioniert deswegen hier, weil hier nichts nachgeladen wird. Das heißt hier, das ist dann, ich gehe mal in eine andere Datei vielleicht. Wenn ich zum Beispiel, die wollte ich hier machen, P5-Treevis. Wenn ich jetzt die anklick, die Datei direkt im Browser, dann kommt hier nur Loading. Das heißt, der kann das nicht darstellen, weil er irgendwie versucht. Also das sieht man hier auch. Ich navigiere eben hier File-Doppelpunkt-Slash zu der Datei direkt hin. Und das kann nicht funktionieren, weil er da eben was nachlädt. Also das heißt, da wird eben, wenn die Daten irgendwo, diese dir-Json-Datei, die wird dann eben nachgeladen. Das sehen wir dann gleich. Und das funktioniert eben nicht. Das heißt, ich probiere jetzt mal das andere Beispiel. Ich gehe da wieder rauf. Das war dann eben dieses P5-Treevis. Genau hier. Also das heißt, hier ist diese Index-Datei. Und die würde ich gerne eben öffnen. Und das kann er aber nicht, weil die Sicherheitseinstellungen des Browsers eben das verhindern. Weil ich das File sozusagen lokal öffne und nicht über das Web. Und um das jetzt zu simulieren, muss ich quasi einen Web-Server selber öffnen. Das heißt, ich habe das ja das letzte Mal gezeigt über XAMP oder MAMP. Das ist ja so eine Möglichkeit, wo man so eine Umgebung hat, wo man dann eigentlich den Arbeitspfad dieses HTTP-Servers ändern muss auf dieses Verzeichnis. Das heißt, das ist unter Umständen relativ komplex, so etwas zu machen. Es gibt aber da noch eine einfachere Möglichkeit. Und zwar einfach über Python. Also wenn Python installiert ist, dann kann ich einfach Python. Das wäre jetzt, also ich habe jetzt Python 3 hier. Dann kann ich hier sagen, in dem Ordner mache ich einen HTTP-Server einfach auf. Also das heißt, es gibt einen vorgefertigten, eine Library, HTTP-Server. Und die kann ich jetzt, wenn ich hier einfach das Kommando eingebe, dann kommt hier tatsächlich, dann macht Python auch einen Web-Server auf. Ich kann das also ganz einfach machen, indem ich eben das Kommando eingebe, in dem Verzeichnis. Und dann sagt er hier schon auch, Serving HTTP on 0.0.0.0.0. Das ist quasi die IP-Adresse, die ich dann zur Verfügung habe. Also quasi Start-Local-Host, Port 8000. Und das sehe ich schon in Klammern, da habe ich den Link. Den kann ich quasi einfach rauskopieren oder einfach draufklicken auch. Das müsste eigentlich schon funktionieren. Einfach draufklicken, naja, also ich mache das hier mal einfach im Browser, gebe das hier ein und dann lädt er diese Datei. Das ist eigentlich das, was ich auch zeigen will. Also das ist hier eine sogenannte Tree-Map, mal ganz einfach, also aufgebaut. Möchte ich dann gleich erklären, was das ist. Also das ist einfach eine hierarchische Darstellung von meinen irgendwelchen Dingen, die zueinander baumartig strukturiert sind. Das kann man auch dann schon mal gleich sehen. Also was da passiert, da wird eben eine Datei visualisiert. B5-Tribus, gehen wir mal in das Verzeichnis hier rein. Data, die heißt eben zum Beispiel dir Json. Das ist so was hier, das ist so eine quasi Json-Datei. Die sieht natürlich jetzt sehr unübersichtlich aus. Da haben wir das letzte Mal sind wir da auch schon im Prinzip, haben wir uns darüber unterhalten, wie so eine Json-Datei aussieht. Die sieht halt ein bisschen unübersichtlich aus, weil die eben nicht sozusagen schön formatiert ist, also ohne Einrückungen und Zahlenumbrüche. Das ist aber egal, also die ist im Prinzip menschenlesbar, wenn man eben sich etwas Mühe gibt, aber auch irgendwo maschinenlesbar. Und das ist eigentlich das, was ich da in dem Fall haben will. Was ich jetzt erst mal zeigen wollte, ist eben mit diesem HTTP-Server, dass das da auch funktioniert. Also das heißt hier kann ich eben direkt in meinen Verzeichnissen ganz leicht so einen Web-Server aufmachen. Was ich da natürlich nicht zur Verfügung habe, ist eben deswegen der Unterschied zu solchen Distributionen wie MAMP oder XAMP. Da habe ich eben keine SQL-Datenbank dabei, also keine MariaDB oder auch keine, auch eben nicht PHP oder solche Skript-Sprachen, die es da gibt. Also da habe ich eben nur Python und eben einen Python-Web-Server, was aber für unsere Visualisierungsthemen ganz gut funktioniert, weil wir arbeiten ja eigentlich nur jetzt in dem Fall mit JavaScript und HTML und wir haben quasi eine Web-Server-Umgebung, wo wir eben unsere Sachen testen können. Genau, das heißt, ich kann das natürlich wieder abbrechen mit Ctrl-C und kann dann wieder in die nächsten Dinge reingehen. Jawohl, das war jetzt nochmal so die, nochmal vielleicht der Tipp. Jetzt wollte ich nochmal kurz auf diese Graphen drauf und das nochmal kurz wiederholen. Also wir haben ja gesagt, ein Graph, das ist eben ein Paar an Knoten und Kantenmengen, also eine Menge an Knoten und eine Menge an Kanten, Vertices und Edges in dem Fall. Das habe ich ja schon erklärt. Es gibt verschiedene Arten, das im Computer zu repräsentieren. Wir haben ja dieses auch schon besprochen, eben mit, eben wie das mathematisch aussieht, wie es eben als zum Beispiel JSON- oder XML-File aussieht. Das kann man auch nochmal nachschauen. Wir haben dann diese Sachen eben auch schon uns angeschaut, wie diesen Tiefendurchlauf. Das heißt, das ist jetzt dann so, dass man, wie man Graphen eben besuchen kann. Das heißt, ich möchte zum Beispiel die verarbeiten, die Daten, die irgendwie als Graph vorliegen. Das heißt, ich muss die irgendwie alle irgendwo betrachten. Und das kann ich eben mit so einem Tiefendurchlauf-Algorithmus machen. Das werden wir uns jetzt auch nochmal quasi in der Praxis nochmal genau anschauen. Also DEF-First-Search heißt das DFS im Prinzip. Da kommt rein in diesen Algorithmus eben ein Knoten. Den verarbeite ich dann irgendwo. Was das heißt, erkläre ich gleich. Und für alle Nachfolge von dem Knoten, also für alle Nachfolge VI, mache ich den rekursiven Aufruf von diesem Algorithmus. Und dann ergibt sich eben dieser Durchlauf hier. Genau, das hat man ja schon. Und jetzt möchte ich im Prinzip, Breitendurchlauf ist im Prinzip anders. Ja, haben wir auch schon erwähnt. Möchte jetzt gar nicht drauf eingehen. Kann man nochmal anschauen. Ich möchte jetzt mal einfach auf Bäume und wie man die darstellt eingehen. Das haben wir ja auch schon. Also da gibt es hier diese Abbildungen. Die sind von Schneiderman aus einem Buch, Grundlagenbuch über Informationsvisualisierung. Das kennt man aber auch. Das ist so ein klassischer Explorer-artiger View von einem Baum. Also das heißt, das kann ja Dateisystem sein. Das kann aber auch irgendwie anderes sein. Da ist es einfach so, dass die Ordner im Prinzip sind die einen Knoten. Und dann liegen da eben wieder weitere Ordner oder Dateien drin. Also die Blätter sind quasi die Dateien. Was sich da ergibt, ist halt so ein lang gestrecktes, lang gestreckte Visualisierung. Und das Schlechte an so einer lang gestreckten Visualisierung ist einfach, dass sie eben den Platz nicht optimal ausnutzt. Und das haben wir ja auch schon gesagt, dass es ja normalerweise heißt, dass ja bei so einer Visualisierung, dass die eben effektiv ist, wenn sie den Platz optimal ausnutzt. Und das ist ja in dem Fall hier nicht so, weil im Prinzip ist es halt mehr lang. Also ich hätte den Platz verschwendet, der eben jetzt da daneben ist sozusagen. Jetzt kann ich natürlich das anders auch noch machen. Ich könnte es jetzt zum Beispiel so darstellen, dass ich sage, okay, ich habe das ein bisschen besser aufgeteilt. Ich teile es eben so auf. So könnte man ja auch einen Explorer-Baum sozusagen darstellen. Das ist eben eine Möglichkeit. Das ist sozusagen einen Graph eben dargestellt, indem man die Kinder eben mit Kanten verbindet. Connection-Darstellung heißt das sozusagen. Das ist ja auch klar, was es aber noch gibt. Und das ist das Nächste. Es gibt so etwas wie eine Enclosure-Darstellung. Das heißt so etwas wie Venn-Diagramme. Das kennen Sie auch, dass man sagt, man hat eben einen Knoten, einen Ordner und der beinhaltet dann wieder Unterordner. Und das kann man eben als solche Graphen machen. Also das heißt, ich kann ja das auch mal einfach mal zeichnen, indem ich sage, okay, ich habe hier meinetwegen irgendwie dieses einen Knoten. Und der beinhaltet jetzt zum Beispiel noch weitere, andere. Ich könnte jetzt sagen, hier ist noch was drinnen. Und das Ganze dann nochmal. Das heißt, überlappend natürlich nicht. Das heißt, die sind natürlich irgendwie desjummt. Da habe ich da nochmal einen. Und dann könnte ich ja hier da nochmal einen reintun oder so oder mehrere. Ich könnte jetzt hier sagen, da ist nochmal einer drin. Und dann hier nochmal. Halt so. Genau. Und da könnten wir da auch noch irgendwelche einzelnen Dinge drin liegen. Das wären dann quasi die Ordner. Und dann könnte man sagen, okay, da hat man jetzt hier irgendwelche Dinge in den Ordnern drin liegen irgendwo. Das heißt, in dem oberen Ordner, da liegen jetzt zwei Ordner drin, weitere und aber eine Datei. Und in dem Ordner liegt jetzt eine Datei drin und in diesem Ordner, da liegen jetzt zwei Dateien und zwei Ordner drin und so weiter. Also das könnte man sich so überlegen, das Ganze. Ich mache das jetzt nochmal weg. Das wäre quasi die Idee dahinter. Man kann es natürlich auch rund machen oder eckig, je nachdem. Da ist es aber auch so, dass der Platz eigentlich auch relativ schlecht ausgenutzt ist, weil im Prinzip es gibt sehr viel verschwendeten Platz dazwischen, hier diese grauen Flächen zum Beispiel. Und deswegen gibt es eben die Tremap, dass man sagt, man macht diesen Platz einfach weniger. Das heißt, man nutzt den einfach aus, besser aus und macht den Platz weniger. Man könnte auch zum Beispiel sagen, dass die Inhalte, also das heißt die Größen der einzelnen Blöcke, vielleicht irgendwas, auch Informationen repräsentieren, wie zum Beispiel Dateigrößen oder so. Das kann man ja machen. Und wenn man den Platz dazwischen eben hier nochmal, wenn man den noch kleiner macht und eben ganz verschwinden lässt, dann entsteht so eine Tremap. Das heißt, ich sehe dann eigentlich die Ordner nicht mehr, sondern nur noch die Blätter. Und jetzt ist vielleicht nicht ganz klar, wie das funktioniert. Ich kann es nochmal zeigen. Also ich habe hier zum Beispiel den Wurzelordner. Und der enthält jetzt zum Beispiel mal zwei Kindordner. Das heißt, der hat jetzt hier einen, der ist vielleicht ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Und dann hat er noch einen. Der ist jetzt vielleicht ein bisschen größer. Ich lasse jetzt hier extra nochmal Platz. Den kann man sich ja dann quasi wegdenken, den Platz. Ja, ist egal. Also jetzt mache ich folgendes. Ich habe im Prinzip hier zwei Kinder und das teile ich quasi dann. Die horizontale teile ich dann in zwei Bereiche, wenn ich zwei Ordner habe. Und jetzt die nächste Stufe, also die nächste weitere drinnen, die teile ich dann vertikal. Das heißt, hier teile ich das dann vertikal auf. Wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal Kindknoten habe. Dann machen wir es mal ein bisschen kleiner. Hier könnte ich sagen, okay. Das ist immer schwer zum Treffen. Okay, machen wir es mal so. Das heißt, hier, wenn ich das jetzt hier rein baue, wenn ich sage, da habe ich jetzt drei, dann könnte ich hier im Prinzip sagen, okay, dann teile ich das hier nochmal vertikal auf in drei. Und die müssen alle gleich groß sein. Die können unterschiedlich gleich, äh, unterschiedlich groß sein. Und hier, nachdem ja der in der gleichen Ebene liegt, der Knoten, der zweite, teile ich den jetzt, wenn da zum Beispiel nur zwei drin liegen, dann teile ich den eben halt auch quasi in der horizontalen, ähm, in der vertikalen Achse dann in zwei Teilen. Dann haben wir zum Beispiel nur einer, der ist so groß und einer, der wäre quasi so groß. Wenn es jetzt noch eine Ebene gibt, das könnte ja sein, dass die unterschiedlich tief sind. Jetzt könnte man sagen, in dem, da sind jetzt vielleicht auch nochmal irgendwelche Dateien und Ordner drin. Dann würde ich das eben wieder, ähm, nachdem es ja hier jetzt quasi die, die vertikale Achse durch zwei geteilt ist, würde ich jetzt hier wieder die horizontale Achse durch zwei teilen. Das heißt, ich würde hier dann einfach sagen, okay, äh, da teile ich oder durch drei. Also haben wir mal, da liegen jetzt drei Dateien drin. Dann würde ich das hier nochmal so aufteilen. Ich würde sagen, das nochmal durch drei teilen. Und so entsteht quasi eine Tremap. Das Ganze ist eigentlich nichts anderes wie auch eine Art Baumdarstellung. Bloß halt der Platz ist sehr gut ausgenutzt. Und ich habe eigentlich eine gute Übersicht über überhaupt diese Baumstruktur. Genau. Das ist quasi eine Tremap. Es gibt auch verschiedene Tools. Da gibt es zum Beispiel solche Festplattenanalyse-Tools. Das ist jetzt hier für Disk Inventory X für macOS. Kann man hier runterladen unter dem Link hier. Das arbeitet im Prinzip nach dem Prinzip. Und da kann ich mir im Prinzip meine Festplatte anschauen und kann mal gucken, was ist denn da. Also im Prinzip habe ich einen kompletten Überblick über alle Daten der Festplatte und kann dann zum Beispiel sehen, okay, hier diese Routen, das sind MP3-Audios. Da habe ich eben relativ viel irgendwo. Das ist jetzt irgendein bestimmter Ordner, also iPhoto zum Beispiel. Dann habe ich hier relativ viele von diesen Interface-Bildern, Dateien oder Unix-Executable-Dateien und so weiter. Da kann ich eben schauen und da sind irgendwelche PNG-Grafiken. Das sind diese Teile hier. Da habe ich so viel. Da kann ich eben schauen, wie viel habe ich denn eben von meinen Dateien. Und wenn ich dann zum Beispiel sehe, okay, ich habe unheimlich viele, keine Ahnung, Film-Dateien. Die machen mir die Festplatte voll. Vielleicht kann ich da ja welche löschen oder so. Also ungefähr, also diese G-Map-Sachen, die eignen sich halt sehr gut, um jetzt so einen Überblick zu kriegen über eben barmartig strukturierte Dateien oder halt überhaupt Daten, was ja auch Dateien sein können im Prinzip. Und habe da eine sehr effektive und effiziente Art auch, das Ganze eben zu visualisieren. Genau, das wäre so diese G-Map-Geschichte. Es gibt auch diese Festplatten-Analyse-Tools natürlich für andere Plattformen. Hier haben wir zum Beispiel hier das Gleiche. Das ist dann eben für Linux, also K-Deer-Stat von KDE. Das ist diese grafische Oberfläche von Linux. Da gibt es eben dieses K-Deer-Stat. Die Screenshots sind vielleicht schon ein bisschen älter. Das sieht jetzt eben noch ein bisschen moderner aus, denke ich. Die Tools gibt es, denke ich, noch. Ist im Prinzip das gleiche Tool wie das hier für eben Mac OS. Das gibt es natürlich auch für Windows natürlich. Das heißt dann eben Win-Dir-Stat. Kann man auch runterladen. Und das ist ja auch eine Art der Informationsvisualisierung. Genau. Es gibt da noch andere Sachen. Also die gab es mal im Market Watch, wo man eben jetzt auch einfach mal andere Themen, die eben hierarchisch strukturiert sind, eben anzeigen kann als so eine Art Tree Map. Also hier zum Beispiel habe ich verschiedene Branchen, die irgendwo dann auch nochmal aufgeteilt sind in Unterbranchen und so weiter. Market Map. Genau. Oder iTunes gab es mal Top 100, wo man eben das Ganze auch nochmal anschauen kann. Also so eine Visualisierungstool. Das ist wahrscheinlich schon älter. Das wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Kann man mal gucken. Gibt es tatsächlich noch wohl. Funktioniert aber nicht mehr, oder? Ne. Genau. Und jetzt sind wir hier nochmal, wenn man das wahrsetzt, oder hier, da gibt es noch andere Beispiele in Use. Kann man ja auch strukturieren als verschiedene. Das sind, wie gesagt, ein paar historische Beispiele, die wird es hier so zum Beispiel teilweise nicht mehr geben. Tree Maps. Use Map. Gibt es hier auf jeden Fall noch eine Webseite. Das sind auch diese, das ist im Prinzip auch von dieser University of Maryland, wo eben auch der Schneiderman und der Card und der McKinley, die sind da im Prinzip Forscher, im Prinzip über Informationsvisualisierung. Das Ganze war natürlich jetzt so, das ist alles schon ein bisschen eine gewisse Historie. Das sind so die ersten Beispiele gewesen. War jetzt in Flush. Das habe ich halt jetzt nicht aktiviert. Sieht im Prinzip so aus. Genau. Das sind so Beispiele für Tree Maps. Und jetzt wollen wir das mal im Prinzip selber machen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, also wir wollen jetzt ja auch erst mal irgendwelche Daten generieren. Wir können natürlich irgendwelche beliebigen XML- oder JSON-artigen Files lesen. Das heißt, die könnte man ja lesen mit Python oder auch eben dann irgendwo mit JavaScript. Also wenn ich jetzt mit P5 das machen will, dann muss ich die irgendwo natürlich lesen. Ich gehe mal kurz in diese Hilfe-Datei rein. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wo sind denn da jetzt wieder die Hilfe-Dateien hin. Processing ist ja das nicht, was ich hier will. Ich schätze jetzt hier P5JS. Und jetzt haben wir hier, die Seite ist offline. Okay. Okay. Und zwar deswegen Black Lives Matter. Genau. Kann man nur unterstützen. Und jetzt sind wir hier natürlich auf der Referenz-Seite angelangt. Und das heißt, wir wollen natürlich jetzt irgendwie Daten laden. Und müssen entsprechend hier Sachen laden. Moment. Loading and Displaying Pixels. Das sind wir ja. LoadJson. Das wäre eigentlich das, was wir eben... Wir haben ja LoadTable bisher gehabt. Wir haben LoadJson. Da können wir direkt eben oder auch XML-Dateien geht auch. Aber mit LoadJson kann man im Prinzip dann diese Daten ganz gut einlesen. Und das können ja in unserem Beispiel, wie wir schon gesehen, beliebige Daten sein. Also eben, was ja auch jetzt hier unsere aktuelle Studienarbeit betrifft, wo es ja dann auch diese Datensätze, was es ja in einem vorhergehenden Video schon gab, eben diese Corona-Daten. Die haben wir ja im Prinzip da uns schon angeschaut. Die könnten wir jetzt hier laden. Ich habe jetzt noch andere Beispiele, weil wir ja... Ich meine, es ist gut, dass wir uns mit Corona-Daten beschäftigen, die wir aus irgendwelchen Datenquellen bekommen. Aber ich wollte jetzt einfach auch noch den Bereich ansprechen, wenn man sagt, man macht die selber die Daten irgendwo. Weil bisher haben wir die ja irgendwo bezogen. Aber es könnte auch sein, dass wir die Daten irgendwo selber generieren. Und um das zu machen, zum Beispiel, wenn man jetzt ein Dateisystem visualisiert, das wäre jetzt, wie gesagt, jetzt nicht hundertprozentig passgenau für die Studienarbeit, Entschuldigung. Sondern eben jetzt, dass man sagt, okay, das ist aber quasi ein praktischer Anwendungsfall. Ich möchte jetzt eben Daten selber visualisieren. Und deswegen, zum Beispiel, ein Dateisystem, was ich jetzt eben mal kurz zeigen will, dann muss ich mir die Daten erst mal irgendwo generieren. Und ich kann das jetzt mal eben folgendermaßen nochmal zeigen. Also wir gehen jetzt nochmal zurück zu dem Tiefendurchlauf. Ich muss im Prinzip nicht nur beim Visualisieren den Tiefendurchlauf machen. Um jetzt diese G-Map, wie ich das schon gezeichnet habe, per Hand quasi zu erzeugen, sondern ich muss auch beim Generieren der Json-Daten eigentlich auch einen tiefen Durchlauf machen. Indem ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte irgendein Dateisystem scannen. Also ich möchte quasi selber einen Scanner implementieren, wo ich durch ein Dateisystem rekursiv durchgehe und mir dann eine Json-Datei erzeuge. Und das kann man im Prinzip auf verschiedene Art machen, mit verschiedenen Programmen. Sie selber, Sie haben ja im Prinzip, also wenn ich jetzt so eine, das ist hier diese, genau das da, das ist im Prinzip diese Datei, die ich erzeugen will. Sieht jetzt ein bisschen unleserlich aus. Wenn ich die jetzt selber erzeugen will, bräuchte ich zum Beispiel ein Programm, das das macht. Also ich kann das in Python, ich habe hier zwei Versionen auch. Einmal eine Python und eine C-Version. Ich kann mal beide zeigen. Sie haben ja quasi im ersten Semester und das ist ja, ich gehe jetzt davon aus, dass die Videos eben Studierende betrachten, die eben auch irgendwo Informatik oder Medieninformatik machen. Sie haben sicher C gehabt oder Python oder beides und ich stelle mir das quasi beides vor. Also ich kann mal einfach diese Datei zeigen, also diesen Quellcode für dieses Python und für dieses C. Ich fange mal mit dem C an. Da muss man auch vielleicht sagen, da muss man schauen. Also das ist jetzt im Prinzip mit dieser, läuft vielleicht nicht überall. Also wenn Sie unter Windows arbeiten, dann werden Sie dieses Dirnd und SysStat vielleicht nicht zur Verfügung haben. Das sind im Prinzip so POSIX-Standard-Bibliotheken, die ich da verwende. Die kann man aber auch beziehen unter Windows, soweit ich weiß. Aber im Prinzip habe ich genau das. Also ich habe im Prinzip diesen tiefen Durchlauf, also dieses DFS. Da brauche ich eben eine Funktion, also dieser Algorithmus ist ja quasi, wenn ich implementiere, eine Funktion. Da kommt ein Knoten rein, den verarbeite ich und dann werden alle Nachfolger rekursiv durchgearbeitet. Und das habe ich da eben nachgebildet. Das ist so, dass es hier eine Main-Funktion gibt. Die kann man ja mal etwas größer zeigen. Okay, diese Main-Funktion, die macht eben nichts anderes. Die nimmt jetzt Argumente entgegen. Und zwar einfach mal, quasi das erste Argument ist einfach der Pfad. Den gebe ich da an. Und wenn ich eben keinen habe, also wenn dieses Argument eben leer ist, also nur im Prinzip keins übergeben wurde, dann sage ich eben die Meldung, please specify a directory. Und ansonsten rufe ich eben dirargfa auf. Das ist diese Funktion, die ich da geschrieben habe. Und dann geht es rekursiv durch. Was da passiert, das heißt, das kann ich ja mal kurz zeigen. Also, kompilieren vielleicht. Also hier, ich mache das hier mit dem GCC-Compiler. Ich erzeuge eine ausführbare Datei Scandir. Und rein geht eben dieses Scandir.c. Genau, dann habe ich die Datei erzeugt, im Prinzip kompiliert mit dem GnU-Compiler hier. Und jetzt kann ich die aufrufen, Punkt Slash. Also quasi, das muss ich dann ja immer angeben, wenn ich die Datei aufrufen will, weil die quasi im aktuellen Ordner sich ausführen soll. Wenn ich das jetzt mache, dann kommt hier please specify a directory, so wie ich es hier angegeben habe. Weil eben ich keinen Pfad angegeben habe. Jetzt gebe ich da einfach einen Pfad an. Und zwar vielleicht den übergeordneten Pfad. Oder den noch drüber. Den könnte ich ja quasi auch so angeben. Und dann kommt tatsächlich hier als Ausgabe diese JSON-Datei, die ich dann erzeugt habe, ohne Zahlen und Brüche, weil die brauche ich ja nicht. Und die Datei, die hat eben genau dieses Aussehen, was wir hier auch schon hatten bei den... Ich muss mal schauen, ob ich das hier auch... bei dem, was wir als Beispiel schon hatten, im letzten Video eigentlich. Das kann ich ja nochmal... Das ist egal. Also das heißt, die sieht eben im Prinzip zwar jetzt nicht leserlich aus hier, diese Ausgabe, sondern ich kann ja mal eine neue Datei aufmachen. Die funktioniert im Prinzip so. Ich habe hier einfach ein JSON-Objekt. Das kann man jetzt hier mal... Ich zeigne das jetzt quasi im Prinzip unten mal nach. Und da gibt es dann einen Type. Das heißt, Type ist einfach, ob es ein Directory ist oder... ob es eine Datei ist. Also das heißt, ein File. Und das heißt, ich habe hier... Type... Doppelpunkt. Und dann eben alles als String, Key, Value, Paare. Dir. Das ist der erste Eintrag. Dann habe ich noch so etwas wie Size. Das heißt, die Größe als Key, String, Key. Und dann ist die Größe eben angegeben in Kilobyte, Megabyte oder Byte oder so. In dem Fall, wenn es ein Directory ist, ist es ein bisschen redundant. Da hat es eben erst mal keine Größe. Also, weil es eben das File an sich keine Größe hat. Ja, genau. Und dann kommt im Prinzip diese Baumstruktur, in dem ich jetzt einfach Children habe. Das heißt, da gibt es einen Key Children. Und der ist im Prinzip ein Array. Das heißt, diese eckigen Klammern. Und da drin kann ich dann im Prinzip das Rekursiv machen. Da könnte ich jetzt wieder ein Directory reinmachen. Das heißt, ich könnte jetzt diese Struktur da wieder reinmachen. Oder überhaupt diese Komplette. Das heißt, hier. Das da. Kommt dann hier wieder rein. Was hier noch vielleicht, was ich hier vergessen habe, sind die Kommas erst mal. Und der Name noch. Das heißt, Name gibt es auch noch. Das ist vielleicht eine wichtige Seite. Das heißt, der Name vom Directory. Das heißt halt irgendwie Übungen oder so. Genau. Also, das sind die Einträge. Und das Ganze rekursiv dann eben. Also, das im Prinzip, wenn man es pretty printen würde, wird das andere dann auch so aussehen. Das heißt, ich kann hier rekursiv eben reingehen und dann nochmal zum Beispiel eine zweite von diesen Dateien hier reinbauen. Das heißt hier, der geht hier auf, hier zu. Sorry. So, genau. Das ist im Prinzip jetzt, dann könnte man hier zum Beispiel mit einem Komma die nächste Datei dran fügen. Das wäre jetzt hier vielleicht wieder Directory-Übung. Nein, keine Ahnung. Das heißt, das würde ich jetzt auch anders heißen. Und so weiter. Also, so gehe ich da quasi rekursiv durch. Jetzt könnte da zum Beispiel auch ein Pfeil drin liegen. Das könnte auch sein, dass ich hier zum Beispiel sage, type gleich Pfeil. Das hat auch irgendwie die Größe. Und das hat natürlich irgendwie einen anderen Namen. Und dann Übung Punkt HTML oder so. Genau. Hat natürlich keine Schilderung. Das heißt, Schildern wäre in dem Fall vielleicht auch was, was ich drin lasse als Property. Aber im Prinzip ist das dann der. Das heißt, diese Blätter erkenne ich auch daran, dass die keine weiteren Kinder mehr haben. Das wäre jetzt so meine Art und Weise gewesen, jetzt so ein Dateisystem zu beschreiben. Das Ergebnis ist eben das hier. Das ist natürlich alles willkürlich festgelegt. Das heißt, das ist ja nur ein Beispiel. Das heißt, das ist jetzt kein genormtes Dateiformat oder so, sondern diese Key-Namen zum Beispiel oder überhaupt, wie viel ich da an Keys habe und so weiter. Also, das habe ich ja selber gewählt. Ich könnte jetzt Size zum Beispiel weglassen, wenn es mich nicht interessiert. Ich könnte es auch Größe nennen oder keine Ahnung. Ich könnte es sogar irgendwie anders strukturieren. Ich könnte Schildern irgendwie anders nennen und so weiter. Also, das ist ja nur, um jetzt überhaupt einmal beispielhaft so ein Dateisystem zu beschreiben, nach meinen eigenen Konventionen. Was hier rauskommt, ist eben dieser Wust hier. Ich könnte zum Beispiel auch mal nur die nächsthöhere Ebene nehmen, dann ist das ein bisschen weniger. Also, das ist aber auch schon, man sieht, das wird dann doch relativ viel. Also, ja, genau. Was ich jetzt ja hier habe, ist eigentlich, ich möchte das Ganze natürlich irgendwo auch quasi als abspeichern. Das heißt, was hier rauskommen soll, ist ja dieses dir.json. Das ist quasi das, was ich das letzte Mal irgendwo gescannt habe. Das wäre ja jetzt hier im Prinzip das da. Das ist aber das Gleiche. Das möchte ich jetzt speichern. Wenn ich jetzt im Prinzip meine Datei hier aufrufe, scan dir.doppelpunkt slash, das ist im Prinzip der Pfad, dann wird das Ganze einfach hier ausgeprintet in die Konsole. Ich habe ja in diesem Scan dir Punkt C-File zum Beispiel, da ist ja, genau, das sind ja die Gleichen hier. da habe ich ja im Prinzip, ich arbeite so, dass ich irgendwo am Schluss mit Printf einfach das Ganze ausgebe in die Konsole. Und ich weiß nicht, bloß mal als Tipp, sind natürlich jetzt ein paar so Konsolen-Tipps. Ich kann das Ganze natürlich auch statt in die Konsole in eine Datei printen. Ich will ja das zum Beispiel hier in diese dir.json-Datei, die kann ich ja mal löschen. rmdir, die kann ich jetzt mal löschen. Dann ist die jetzt weg. Wenn ich die jetzt quasi neu erzeugen will und im Prinzip dieses Kommando eben nicht in die Konsole schreiben will, sondern in die Datei, dann kann ich das einfach mit so einem quasi umleiten in eine Datei und die wird eben dann einfach angelegt, wenn es es noch nicht gibt. Und jetzt sehe ich schon, da ist sie wieder. Das heißt, da ist diese dir.json-Datei wieder da. Die kann ich mal wieder anschauen. Und das ist dann eben genau die Datei. Die Umleitung hat eben das Ganze in die Datei geschrieben. Okay. Ja, und jetzt gehe mal kurz einfach durch den Code. Also das heißt, dieser Tiefendurchlauf. Ich habe eben im Prinzip übergebe ich dieser Funktion dir, die ich eben selber geschrieben habe, einfach mal das Argument. Das heißt, das ist in der Dateiname oder der Directory-Name. Und dann ist hier der Aufruf. Das heißt, hier kommt eben als Char Array oder im String der Name rein. Dann habe ich eben, ich habe ja meine Dir-End und auch das Stud eingebunden. Das heißt, ich habe jetzt verschiedene Funktionen zur Verfügung. Zum Beispiel eben das Open-Dir. Da kann ich einfach ein File aufmachen. Genau, und wenn es eben kein File-Directory ist, dann ist es eben False sozusagen. Dann hole ich mir im Prinzip, dann ist es eben ein File, dann hole ich mir eben einfach die Statistik mit dieser Stat H. Da kann ich im Prinzip mir die Informationen aus der Datei, Meta-Informationen rauslesen. Das heißt, ich habe hier, was ich bekomme, ist eine Struct mit verschiedenen Properties, kann man sagen auch. Also, das heißt, das ST ist im Prinzip diese Variable, die dieses Struct dann enthält. Und die kann ich mir dann mit STUT, kann ich das auslesen und bekomme dann eben verschiedene Informationen. Zum Beispiel ST-Size ist einfach die Größe. Das heißt, hier steht auch schon dort. Kann man auch nachlesen, will jetzt im Detail nicht machen. Also, ich bekomme da verschiedene ST-Punkt. ST-Size ist im Prinzip von meiner Struct diese Property Size und die kann ich dann hier natürlich irgendwo ausprinten. Und da mit Printf erzeuge ich einfach genau dieses JSON hier. Das ist eigentlich das, was ich hier mache. Type File, das weiß ich ja. Name ist einfach der Name, der übergeben worden ist, weil es ja ein File ist. Und dann Size ist einfach dann diese Zahl, Prozent D, eben ST-Punkt Size. Das ist dann das, was hier ausgeprintet wird. Und das passiert eben beim Aufruf, entweder wenn es eben gleich am Anfang schon ein Pfeil ist oder wenn ich rekursiv schon in den Baum nach unten gewandert bin und unten bei den Blättern angekommen bin. Also wenn ich bei den einzelnen Blättern bin und das ist dann eben da schon, ist es ein Pfeil, also am Schluss, dann wird eben dieser Zweig des Ifs aufgerufen. Und ansonsten, wenn es eben tatsächlich ein Directory ist, also wenn das True ist, dann geht er in den Else-Zweig und dann sage ich eben nur den Namen, dann brauche ich erstmal nur den Namen und mache eben type dir, das weiß ich ja, Name weiß ich auch, Size 0, Content. Und hier printe ich quasi aus meine eckliche Klammer auf, für dieses JSON Array, Klammer auf. Da kommt dann hier nur der Name und dann habe ich hier eine Wahlschleife, die eben im Prinzip weil True, also weil 1, unendlich läuft sozusagen. Die wird natürlich irgendwo dann abgebrochen, irgendwo. Aber im Prinzip laufe ich eben, das ist im Prinzip in meiner Tiefendurchlauf-Geschichte. Solange es eben Nachfolger gibt, das ist hier dieses Wildschuh. Also das heißt, verarbeiten, das ist ja das, was ich mache, durch dieses Ausprinten. Das heißt, das ist das Verarbeiten hier. Oder auch hier. Und dann durchlaufe ich eben die ganzen Kinder mit dieser Wahlschleife und lese eben da den nächsten Eintrag aus. Ich mache jetzt hier Read Deal. Also ich habe hier einmal Open Deal und dann Read Deal. Da kann ich dann quasi das auslesen. und wenn es nichts mehr gibt, dann verlasse ich hier diese Wahlschleife mit Break. Das heißt, hier ist quasi der Ausstieg aus der Wahlschleife, weil es eben keine weiteren Directories gibt. Ansonsten mache ich was, aber ich muss jetzt vor allem noch folgendes machen. Hier Punkt und Punkt, Punkt muss ich natürlich irgendwo ausschließen, weil das sind ja im Prinzip tatsächlich unsichtbare Dateien unter Unix, Linux, Mac und so gibt es quasi immer eine Datei, die heißt Punkt. Also wir haben ja auch gesehen, das hat ein bisschen was zu tun mit diesem CD Punkt, Punkt. Das ist quasi, ich wechsle in die übergeordnete Datei und CD Punkt wäre quasi ins aktuelle Verzeichnis wechseln. Also Punkt Slash Scandier gebe ich ja deswegen auch an, weil das ist quasi die aktuelle, das aktuelle Verzeichnis und in dem liegt dann Scandier. Es gibt aber tatsächlich unter Linux zwei Dateien, die heißen so. Das heißt, die sehe ich aber in der Konsole nicht, wenn ich LS mache, weil die gibt es aber tatsächlich nicht. Es gibt eine Datei, die heißt Punkt und eine Datei Punkt, Punkt und die sind eben links auf das aktuelle und auf das übergeordnete Verzeichnis. Im Prinzip. Also unter Unix ist ja alles eine Datei sozusagen, aber die möchte ich natürlich nicht da mit drin haben. Ich möchte ja nur den Tiefendurchlauf machen. Wenn ich die quasi auch noch mit berücksichtigen würde und die bekomme ich nämlich mit ReadDir auch, dann wird es so eine unendliche Schleife geben. Da wird es immer wieder von vorne losgehen. Und das heißt, die muss ich einfach ausschließen. Aber okay, das kann ich eben machen. Und wenn ich dann eben... Können wir ja mal ein bisschen einrücken hier... Also wenn die eben nicht zu heißen, dann gehe ich da rein in diesen Zweig. Und jetzt möchte ich folgendes machen. Ich möchte jetzt mit Komma getrennt diese... Hier das Komma. Da möchte ich jetzt die weiteren Einträge machen. Und das Komma soll natürlich am Anfang nicht kommen. Und am Ende vielleicht kann es kommen. Das ist eigentlich auch okay. Aber am Anfang nicht. Und deswegen habe ich hier noch so einen Schalter drin. Das heißt, ich sage eben, ich habe eine Bullshit-Variable, die heißt eben BeFirst. Und die ist am Anfang eben false. Hier. Oder null. Und wenn die eben am Anfang false ist, dann setze ich sie auf 1. Und ansonsten printe ich eben immer das Komma. Das ist nur, dass es das erste Mal nicht passiert. Und dann gebe ich mir den Pfad auf. Das heißt, ich kann jetzt hier bei dem Entry, das ist dieses Read-Dier, da gibt es eben eine Property D-Name von diesem Objekt. Und das kann ich mir da ausgeben. Genau. Einfach als Char. Und zwar quasi mit diesem snprintf quasi schreibe ich das in das Char-Array. Also printf ist ja zum Schreiben auf quasi in die aktuelle in den aktuellen Ausgabe-Puffer, was ja normalerweise die Konsole ist oder eben ein Pfeil. Und snprintf erlaubt mir eben in ein Char-Array zu printen. Genau. Das kann man auch nachlesen. Denke ich irgendwo Standard Ausgabe-Methode gebe ich jetzt keine weiteren Infos. Kann man eben nachlesen. Ist jetzt für mich eben dazu da, um jetzt eben das Char-Array da zu füllen. um quasi eine Variable zu haben, wo eben der String dann da drin steht. Dann rufe ich das Rekursiv auf. Und also das heißt, als neuen Namen sozusagen übergebe ich eben dann dieses Char-Array und eben dann geht das Rekursiv eben wieder weiter. Und am Schluss mache ich dann die Klammern zu. Das heißt, das geht erst mal tief rein, das ist ein tiefen Durchlauf. Der geht erst mal nach unten und dann am Schluss beim Zurückgehen von, beim Rückkehren von der aufgerufenen Funktion bei der Rückkehr aus der Rekursion macht er dann eben erst die Klammern wieder zu. Diese Children-Klammer und auch die Objekt-Klammer. Genau. Das wäre im Prinzip das Ganze, wie man das als, also mir geht es jetzt einfach nur darum, ich möchte quasi selber irgendwie Dateisystem scannen. Ich kann auch was anderes scannen natürlich, aber das heißt, wie, nicht nur wie visualisiere ich das Ganze, sondern wie führe ich das Ganze eben auch selber mal aus, um jetzt Code, also im Prinzip Datenstrukturen selber zu erzeugen. Genau. Das wäre jetzt diese C-Variante, die habe ich jetzt eben einfach mal vielleicht vorgestellt, damit sie, weil sie ja eben auch in C fit sind und vielleicht jetzt noch nicht so in Python. Das Ganze eben nochmal als Python-Skript, das Gleiche. Ich zeige das eben deswegen, weil es irgendwo ziemlich ähnlich ist. Macht das Gleiche. Kann ich nochmal zeigen, das wäre jetzt sogar in Python 2 und 3 lauffähig. Ähm. das heißt, ich kann Python scan dir, da muss ich natürlich den Python-Interpreter angeben, das Gleiche nochmal, hier sagt er Please Specify Directory, dann kann ich natürlich jetzt hier auch den Pfad angeben und dann macht er hier das Gleiche. Kann das dann wieder umleiten auch, ich kann das Gleiche hier machen, leite das wieder um in meine dir.json in meinem Pfeil und dann ist es da auch wieder drinnen. Genau. Ähm. Funktioniert auch sehr ähnlich, deswegen äh. habe ich auch diese quasi POSIX-kompatiblen Funktionen hier verwendet, weil die eigentlich so ähnlich in Python auch vorkommen. Ähm. Das finde ich ja auch immer ganz interessant, dass jetzt eigentlich diese Python-Sachen sehr viel Ähnlichkeit mit der C-Standard-Bibliothek haben oder mit irgendwelchen POSIX-Libraries. Ähm. Genau. Ähm. Ähm. Noch mal die ersten zwei Zeilen noch mal erklärt. Also das ist hier dieser quasi Hash-Bang, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, äh. Oder auch nicht. Ähm. Den brauche ich eigentlich nicht. Das heißt, hier steht Hash-Ausrufezeichen spricht man oder She-Bang heißt es genau. Ähm. Bedeutet im Prinzip ich sage meiner Shell, dass es sich um ein Python-Skript handelt und äh dass die normalerweise mit User-Bin Python aufgerufen werden. Also ich könnte im Prinzip das nur mal so am Rande ich könnte statt Python-Scan-Dir-Pi ich könnte die Datei auch scantier .sh nennen und dann einfach direkt als Shell Script aufrufen dann würde die Shell eben erkennen okay das ist ein Python-Skript und könnte das ausführen deswegen steht das hier drinnen brauche ich in dem Fall jetzt hier nicht weil ich direkt über den Python-Interpreter starte ansonsten könnte ich eben der Shell sagen mit welchen Interpreter dieses Pfeil ausgeführt werden soll falls sie das mal sehen also das ist auch so das sind ein paar so kleine Praxistipps die da immer wieder mit reinkommen die zweite Zeile brauchen wir eigentlich auch nicht die ist nur dazu da um das ganze abwärts kompatibel zu machen zu Python-2 weil viele zum Beispiel Systeme standardmäßig tatsächlich kein Python-3 installiert haben das ist auch zum Beispiel bei macOS der Fall dass das normalerweise zwar Python als Skript Sprache mit drinnen hat aber eben kein Python 3 sondern Python 2 ok da hat jetzt irgendwie viele erkannt da ist aber keiner weil man hat gesehen das Ganze wird ausgeführt das ist immer mit dem mit der formatierung manchmal ein bisschen kompliziert ob er das ganze ordentlich also es muss ja in Python immer eingerückt werden und wenn da irgendwas also der das die Entwicklungsumgebung findet da jetzt irgendeinen Einrückungsfehler ich weiß jetzt nicht was das ist ist egal jetzt in dem Fall funktioniert der auf jeden Fall und da ist es eigentlich genauso ich habe hier keine Main Function sondern ich habe hier eine Funktionsdefinition das ist dieses scan dir oder dir wie es hier im C war und anstatt der Main Funktion habe ich im Prinzip die oberste Ebene der Einrückung das ist ja auch schon wieder so baumartig irgendwo ist eigentlich ganz interessant das heißt das Programm läuft hier los wo es eben also nicht in der Funktion natürlich sondern und da vergleiche ich auch erst mal ob ich eben überhaupt eine Eingabe habe eben ob ich jetzt einen quasi scannt hier eben ob ich jetzt einen hier ob ich jetzt einem Pfad angegeben habe ein Directory und wenn nicht gebe ich eben wieder diesen Text aus Print Specify Directory diese Print Function also das vielleicht nochmal diese Abwärts Kompatibilität 2 Python 2 und 3 die macht folgendes die macht die Print Function in Python 2 kompatibel zu der in Python 3 genau weil normalerweise könnte ich in Python 2 eben die Klammern um die Print Function weglassen was aber in Python 3 nicht mehr funktioniert das ist eine der großen Sachen die nicht kompatibel sind abwärts kompatibel aber ist egal also normalerweise muss ich halt immer Klammern rumsetzen dann ist es immer kompatibel bei Python 2 muss ich aber diese Python 3 Print Function mit den Klammern erst importieren genau das mache ich hier quasi damit from future import Print Function sieht man auch ab und an ansonsten kann ich dann ganz normal wieder arbeiten wie gesagt ich gebe dann einfach die Meldung aus wenn keine wenn kein Directory angegeben ist ansonsten gebe ich eben meinen Wurzelknoten aus das heißt type dir name dann hier auch %s da kann ich genauso arbeiten wie mit c eigentlich also das heißt ich kann in diesen String der von hier bis hier geht einfach Variablen rein generieren die ich dann am Schluss mit % angeben und and gleich leer String bedeutet dass ich keinen Zeilen Umbruch habe in dem Fall ja genau und da habe ich eben das gleiche ich habe hier die maskierten Anführungszeichen immer drin weil ich hier quasi Strings generiere ich könnte auch einfache außenrum setzen können aber ich habe hier doppelte und habe dann hier quasi immer diese Backslash Hochkomma das eben dann weil ich ja nicht in einem String sonst das Hochkomma schreiben könnte und wenn es ein Directory ist type gleich dir Name der Name der dann eben das erste Argument ist und so weiter dann rufe ich eben diese scan dir Funktion wie es hier heißt nicht dir nochmal auf und dann mache ich eigentlich das gleiche ich gehe auch OS List hier habe ich jetzt auch was ich habe hier OS und SIS das entspricht eben auch diesem was ich hier habe bei Open dir und read dir habe ich hier und bei Python habe ich eben List dir da lese ich mir eben vor item in OS List path das bekomme ich ja dann da dann habe ich auch nochmal das diesen Schalter mit dem Komma das ich eben das erste Mal nicht aus print das heißt hier dieser Schalter ist hier dann muss ich mir das ganze noch also für dieses einzelne item muss ich mir den Pfad noch sozusagen bilden weil da bekomme ich nämlich nur den einzelnen Namen und nicht den vom quasi den kompletten Pfad der Teilpfad bekomme ich nicht sondern nur den einzelnen Eintrag dann mache ich mir dann einen Faden aber noch mit pass join draus das heißt diese Funktion pass join ist auch ganz gut weil die eben entspricht den konventionen die es auf dem jeweiligen betriebssystem dann gibt mit slash backslash unter windows und so dann habe ich auch diese stat os constat das entspricht eben diesen stat was ich hier als funktion eben habe bei stat punkt a das ist im prinzip das gleiche nur halt eine python interpretation von dem ganzen ich denke die benutzt auch diese c bibliothek dann intern genau das brauche nicht mit diesen punkt und punkt punkt das ist hier eben auch ausgegraut ich sage hier einfach if os path is dir path name also wenn es ein directory ist dann gebe ich eben not os paul ist dir dann gebe ich eben das als file aus das heißt dann mache ich das gleiche nochmal name type file name den Namen als den nicht dann da hinten eben mit stat info st kette da gebe ich die variablen an prozent eine variabel path name und dann size die werden dann ersetzt eben da bei diesen also der string wird dann hier gefüllt mit diesen variablen end gleich leer string heißt wieder kein zeilen umbruch alles in eine zeile und wenn es eben kein directory ist dann ist es eben wenn es eben ein directory ist weil da oben ist es eben keins da ist ein pfeil wenn es eben eins ist dann gebe ich eben wieder das aus mit dieser quasi kind children klammer auf da heißt es content und nicht children ich glaube ich habe jetzt das inkonsistent gemacht ich hätte jetzt hier children nennen können man kann es aber auch content nennen das ist jetzt ganz gleich Hauptsache beim einlesen muss ich natürlich entsprechend darauf rücksicht nehmen wie es dann im endeffekt heißt genau also hier könnte ich auch children schreiben aber diese das ist vielleicht ganz gut dass man das hier so sieht weil da kann man auch erkennen dass im prinzip die konvention egal ist also das heißt ich kann die frei wählen diese begriffe sind ja nicht irgendwo von woanders festgelegt sondern die habe ich festgelegt sozusagen genau und dann ist eben hier noch die magie ist hier dieser rekursive aufruf wieder da rufe ich das eben mit dem path name wieder auf bei Rückkehr aus dem rekursions baum macht er eben hier wieder und das ist im prinzip die gleiche art und weise das ganze zu scannen nur eben jetzt nicht in c sondern in python dann gehe ich eben durch den pfad durch und dann genau jetzt müssen wir mal genau so das ganze kann ich mit dieser c variante auch machen ich habe das noch mal gemacht dann weil dieses schild eben hier eben das ist was ich da brauche ich möchte im endeffekt dann am schluss das ganze hier erzeugen das müsste funktionieren weil ich meinen datei meinen file server nicht mehr gestartet habe mein http server das muss ich quasi jetzt hier wieder machen und dann sind wir quasi schon in der javascript welt genau das heißt hier habe ich mein index file ich mache wieder den python server und jetzt kann ich den wieder starten und hier wird quasi mit p5 nun dieses json file eingelesen und dann dieses tree einfach daraus generiert wenn ich da drauf klicke da sehe ich dann auch irgendwie schon da unten eben irgendwelche das ist komplex ein anderes file das ist ein wordpress file das ist quasi eine dynamische webseite sozusagen und die möchte ich mal einfach schauen was ist denn da die wollte ich analysieren sozusagen ich habe da quasi so eine webseite mal gemacht und dann kann man sehen wo sind denn da die größten files zum beispiel da gibt es hier uploads das ist relativ groß oder hier ist irgendwas wie includes da kann man eben mal schauen wie ist diese webseite aufgebaut was sind da riesen files zum beispiel uploads das ist doch anscheinend ein riesen blog den könnt man mal durch gehen und schauen ob der wirklich auch noch so aktuell ist da sind ein hafen bilder vielleicht drin und so weiter irgendwelche plug-ins noch und so das kann man hier ganz schön erkennen genau wie funktioniert das ganze jetzt jetzt zu parsen und anzuzeigen das kann man jetzt mal dann sich anschauen also wir haben ja hier dieses index fall und ich habe hier p5 trivis und verschiedene add-ons das kann ich nämlich auch machen bei p5 da muss man auch mal vielleicht das ganze nachlesen bei der reference da gibt es hier das ist jetzt glaube ich nicht verfügbar weil nämlich die add-ons die sind nicht im prinzip teil ja hier sieht man es also man kann so add-ons quasi auch selber programmieren und das habe ich ja auch hier gemacht und ich habe das hier eingebunden also ich habe jetzt hier verschiedene sachen wie zum beispiel das dom wenn ich verwenden will also das heißt die manipulation von dom aus dem p5 raus das kann ich auch machen und ich habe nämlich hier zwei versionen gemacht ich habe eine die nur mit das ganze zeichnet das heißt das kann ich vielleicht auch mal zeigen das eine was ich eben hier habe ist dieses index html das ist ja das was ich automatisch habe und habe ich auch noch index unter strich html das ist aber hier nicht oder wie heißt das ziel index html ja normales müsste das auch funktionieren ach so funktioniert nicht weil ich da die da habe ich es eben libraries und nicht addons genannt da muss ich es eben weil ich habe ja hier den fad addons kann ich aber schnell umbenennen im prinzip heißt es dann eben so könnte funktionieren wenn ich da genau das ist dann im prinzip das gleiche und sieht er leicht anders aus jetzt da kommt es jetzt auch nicht drauf an das mod hübsch zu machen ich zeige da noch mal ein bisschen mehr dazu da geht es jetzt einfach mal nur um die darstellung der vorteil bei der darstellung ist dass das jetzt wirklich quasi mit generierten html ist das heißt ich kann im prinzip auch mit dem p5 sogar nicht nur auf das canvas objekt zeichnen sondern mit diesem addon p5 .dom kann ich quasi auch wirklich div blöcke erzeugen und so weiter und dann habe ich jetzt hier auch zwei versionen dieses p5 schiebes div das eben diese das ganze eben als html erzeugt ich fange aber jetzt einfach mal an mit diesem p5 trivis zu arbeiten und ja genau funktioniert wie folgt man sieht das ist jetzt relativ wenig weil ich ja auch da so eine art trivis plug in mir geschrieben habe selber deswegen aber wie funktioniert ich mache folgendes ich lese natürlich bei dem preload bei der function preload wieder die daten ein die heißen jetzt test ich kann jetzt auch diese dir json nehmen die ich ja quasi jetzt hier auch schon gerade generiert habe das heißt die wir sind jetzt in dem anderen wir sind jetzt in dem index nicht index div sondern in dem index frei genau und das müsste jetzt eigentlich genau das ist im prinzip jetzt das aktuelle fein man sieht hier da stehen auch die namen drin das ist das aktuelle beispiel das wir das letzte mal hatten da mit den städten das ist quasi in diesem beispiel ordner den ich da gescannt habe da sieht man auch die größten dateien hier das fleiß csv sehr groß als in diesem beispiel und hier sind natürlich diese javascript dateien auch die library dateien die hier öfters offensichtlich vorkommen genau aber das städte file ist wohl das oder das fleiß file ist eben hier auch sehr groß sind ok das heißt ich lade jetzt einfach mal mein gescanntes directory hier rein und erzeuge ein zeichen eine zeichenfläche mache jetzt hier ein div create div habe ich hier auch nothing selected das ist im prinzip was darunter steht hier wenn ich jetzt im prinzip nichts auswähle kommt hier nothing selected hier und ansonsten kommt hier der name das heißt hier steht das gibt es eben bei p5 gibt es creative das ist auch schon ziemlich einfach wenn ich dieses p5 punkt dom eingebunden habe habe ich das eben das ist total simpel also ich könnte das mit jQuery machen mit anderen libraries aber mit dem p5 geht es eben auch ganz gut kann dem ganzen div dann eine id geben und sogar eine position und zwar unterhalb von meinem canvas objekt das ist 600 hoch und dann 10 weiter unten 10 pixel erzeuge ich dann dieses div genau meine treemap erzeuge ich mit meiner treemap library die ich selber geschrieben habe das heißt in dieser index html datei da gibt es diese p5 trevis das p5 punkt trevis das ist im prinzip meine implementierung des treemap algorithmus da werde ich auch noch mal genauer drauf eingehen aber das ist auch ein bisschen teil der übung sich das dann einmal anzuschauen das können sie dann gern machen das zeige ich dann auch gleich wo sie das finden aber ich zeige es jetzt mal von der anwendungsseite her das heißt ich erzeuge mir ein treemap objekt dem übergebe ich ein auch ein json oder nicht json ein javascript objekt im prinzip mit einem key json und da sind die daten drin und das sind die daten die ich vorher geladen habe mit load json dann kann ich irgendwie eine description rein machen und dann kann ich eben ein mapping machen und zwar kann ich sagen also description ist vorgeschrieben children wie heißt die der key mit den Kindern der heißt in dem fall auch children label heißt name also das heißt das was ich darstelle will und value ist hier size das heißt was ich gescannt habe ist im prinzip das was man als generischen wert irgendwo verarbeiten kann das heißt das kann irgendeine kanten ein knoten gewicht sein das kann die länge sein sonst irgendwas das ist bei mir die size das heißt der wert an sich das datum an sich heißt size das habe ich das muss man im prinzip bei dem addon das ich programmiert hat mit angeben das bekommt mir eben da gibt es eine hilfe datei dazu auch genau also das heißt hier verwende ich was ich eben bei dem konstruktor aufruf quasi von diesem gmap angeben muss ist eben ein paar informationen das eine ist eben einfach mal welche daten und wie sind die daten quasi zu beschreiben das heißt die einzelnen knoten children heißen eben children der label ist der name und value size das muss ich eben angeben und dann gebe ich da noch also da sind wir noch nicht fertig das was ich noch übergebe das ist einfach auch die art wie die daten gezeichnet werden ist das lege ich auch selber fest man könnte es auch im prinzip so sehen wenn man das visuelle mapping hat was man bei dem referenzmodell der informationsvisualisierung auch schon kennen dann ist es dann einfach sagt wie das ganze eben gemappt wird im prinzip also und die selektion also das heißt diese datenauswahl diese datapables die gebe ich eben vorher schon vor das heißt die die daten selber die werden dann in der art gezeichnet das ist im prinzip das wie ich die daten mappe sozusagen muss ich selber programmieren das heißt da gibt es eine draw funktion die muss ich selber schreiben sozusagen und da bekommt aber die draw funktion bekommt eben was mit das ist eine javascript function die bekommt mit die namen x y breite höhe die tiefe die maximale tiefe und die anzahl der kinder also es ist vielleicht jetzt ein bisschen schwierig zu vermitteln ich habe quasi diese gmap das addon geschrieben also das bekommt erwartet eben einen parameter der parameter sieht eben wie folgt aus das ist das ist der komplette parameter das ist der parameter ist quasi relativ komplex das kennt man vielleicht jetzt von der programmierung her kennt eher weniger dass man als parameter normalerweise hat man irgendwelche variablen oder vielleicht im besten fall irgendwelche zeiger auf objekte oder so aber ich kann im prinzip hier einen relativ komplexen parameter angeben und zwar kann ich das eben im prinzip einfach diese beschreibung der daten und auch die daten und dann eine funktion sozusagen ich kann im prinzip das ist ja diese funktionale programmierung die javascript auch machen kann ich kann da auch ruhig funktionen in die parameter mit reingeben und die dann quasi in nachdem sie angekommen sind als parameter in dem objekt dann da nochmal verarbeiten das heißt diese funktion wird von meiner dream map head-on aufgerufen und bekommt dann für jeden einzelnen knoten diese werte also name xy breite höhe level max level nam children und dann kann ich verarbeiten dann kann ich sagen okay ich kann mir irgendeinen farbwert bilden aus dem level aus dem verhältnis level max level mal 255 das ist dann der wert der eben zwischen 0 und 255 eben immer quasi mehr nach 255 wandert je größer der level ist also das heißt das ist dann einfach der es wird immer keine ahnung in dem fall röter je tiefer am anfang ist ja so leicht rot genau dann kann ich auch zum beispiel meine maus checken das kann ich wenn die quasi in dem feld hier ist wenn ich hier klick dann ändere ich einfach die farbe und gibt es da unten aus das kann ich dann hier machen das sage ich dann einfach text gleich name und fülle dann einfach das farb farbig in die füllung beeinflusse ich wo beeinflusse ich da die füllung wenn die maus gepresst wird jetzt gehen einfach mal weiter ich zeine das rechteck dann so wie es eben hier ankommt ganz einfach mit der farbe die abhängig ist von dem level und gebe dann einfach auch den text unten aus genau und habe dann hier noch so einen wert das ist auch noch interessant der hier nochmal weg steht das heißt hier draw bekommt ist die funktion die da mit gegeben wird aber es gibt da noch einen weiteren wert also es gibt hier description data description draw und und inset ist im prinzip die einrückung die könnte ich quasi auch größer machen 12 und könnte dann das ganze stärker einrücken was natürlich jetzt irgendwie blöd ist weil dann verschwinden manche sachen ich kann das aber auch auf 0 setzen und dann hat es überhaupt keine Einrückung dann ist es quasi wie es eben von schneidermann beschrieben worden ist genau und das ist im prinzip die anwendung der gmap da ist es jetzt nochmal wenn ich dann die maus drücke dann ändere ich einfach die farbe die füllung nochmal anders und gebe den text als info aus das mache ich eben bei der draw nochmal also ich zeige hier die gmap durch den gmap aufruf und dann behandle ich das mit dem maus drücken nochmal extra da ist es ja nur so ich merke man im prinzip wo ist die maus das heißt xp und yp und den text merke ich mir und dann zeichne ich eben das richtig in einer anderen farbe in dieser violetten farbe oben drüber genau das ist quasi die anwendung von diesem gmap Ding das Addon und wie es im Detail funktioniert also ist ja so dass ich das ja eigentlich schon erklärt habe und zwar erstens mal per Hand gezeichnet und dann eben mit dem Algorithmus der eben diesen tiefen durchlauf macht hier das eine ist ja das Scannen das Zeichnen funktioniert aber ähnlich ich bekomme im prinzip diese jason daten struktur mit und die wird dann hier gezeichnet also einfach dann mit meinem Addon man kann mal den Quellcode sich anschauen von dem Addon der ist im prinzip dann hier drinnen bei Addons natürlich und da gibt es dann hier p5.treviz das ist im prinzip das ist ein bisschen umfangreicher ich kann jetzt auch mal kurz ich gehe dann gleich mal drüber ich möchte das mal zeigen wo sie den dann auch finden können und zwar gibt es da auch eine github seite dazu das ist hier bei github com schnurber github seiten hier und da kann man das ganze eben runterladen da sind diese addons drin beispiele da gibt es den scanner ich gehe das mal kurz durch also der scanner der ist quasi hier nochmal nur der python scanner den c scanner habe ich bei addons ist das ganze eben drinnen und es gibt noch den source code und zwar in javascript objektorientierten javascript also das heißt hier das ist nämlich nochmal anders wenn ich hier mir das ganze anschaue dann ist das in diesem p5 .prototype .tremap das ist in diesem klassischen javascript prototype also javascript 1.4 geschrieben und ich habe das auch schon mal erklärt in dem anderen javascript video es gibt ja diese quasi aktuelle ecma skript version und in der habe ich das geschrieben das sind diese ecma skript files und dann gibt es quasi einen babel compiler der das ganze dann hier mit galb nochmal kompiliert in ein javascript 1.4 sozusagen also falls das vielleicht noch nicht so klar ist was das hier macht also das ist der source code das heißt da habe ich quasi das addon programmiert und das ist eben in den javascript 2015 ecma skript geschrieben treemap js ist zum beispiel hier können wir mal aufmachen das ist im prinzip eine das sieht natürlich sehr objektorientiert aus wie man sieht class treemap extrins treevis das ist quasi kann man nochmal babel js nochmal zur wiederholung nochmal sagen es gibt quasi das moderne javascript und es gibt einen javascript cross compiler der javascript modernes javascript ein altes javascript kompiliert den habe ich da eingesetzt normalerweise müsste der code jetzt auch schon in modernen browsers auch ohne den compiler funktionieren aber damit das auch überall funktioniert habe ich das eben kompiliert der fügt es dann auch in eine datei zusammen ich habe nicht mehrere dateien ich kann aber im prinzip mir das mal anschauen das ECMAScript 2015 da gibt es eben diese beschreibung von dem modernen javascript hier die kann man auch finden dass es zum beispiel wie classes gibt das habe normalerweise dem alten javascript bis 1.4 eben nicht gehabt und so weiter kann man hier nachlesen wie es eben funktioniert ich habe das ganze den compiler dann verwendet und da gibt es eben verschiedene versionen wie man den aufrufen kann und zwar braucht man da auch wieder irgendwelche anderen tools dazu zum beispiel irgendwelche bildsysteme die gibt es wenn sie von der c programmierung kommen kennen sie ja so was wie make oder so bei javascript gibt es da eben eine ganze menge davon wie man sieht hier da gibt es zum beispiel beliebtes grunt oder galb den habe ich genommen und da sieht man auch man muss den irgendwie machen mal schnell durch laufen also sie können sich das video vielleicht nochmal anschauen es gibt ja dieses quasi kommando zahlenbasierte javascript auch javascript läuft ja normalerweise im browser wie wir ja schon wissen man kann das aber quasi auch auf der konsole laufen lassen und da eben ja mehr machen man kann da quasi auch ein web server programmieren es gibt da so ökosystem das heißt node.js das kann man auch noch mal erwähnen node.js mal so angeben node.js das ist im prinzip so eine relativ da hat man auch wieder black lives matter kann man nur unterstützen wie gesagt man sieht auch die ganzen webseiten sind jetzt wohl hier auch quasi im protest modus normalerweise ist eigentlich ganz nett dass man das jetzt hier auch so in der form zeigen kann also ja also riesen thema in amerika natürlich wir sind natürlich interessiert jetzt in der vorlesung an dem node.js aber deswegen kann man das normalerweise hier installieren über diese webseite wird sich sicher auch irgendwann mal wieder ändern und sie können eben das node installieren jetzt wohl gerade nicht die docs sind noch da das sieht man auch ok latest das immer also das ist node.js dokumentation man muss es natürlich erst installieren das node.js und dann hat man im prinzip wenn ich jetzt hier mal reingehe oder ich mache ein neues terminal auf das kann ich kann hier mit node wenn ich installiert habe bin ich quasi in einer art javascript umgebung und kann da quasi javascript ausführen auf der konsole es gibt dann noch dieses ökosystem dazu das nennt sich npn node package manager und da sieht man auch dann kann man eben hier help eingeben und über dieses node package management system kann ich ganz viele bibliotheken nach installieren und kann eben auch schlussendlich das wollte ich jetzt noch sagen dieses bildsystem installieren diesen node package manager und kann dann dieses galp installieren galp babel und habe dann das bild system um mit babel über das galp javascript zu kompilieren in javascript genau da sieht man schon auch wie es funktioniert ich kann hiermit require das einbinden kann dann so verschiedene tasks machen zum beispiel ein default task und kann dann sagen okay mein source file ist das hier kann mehrere angeben und kann dann sagen .pipe babel das heißt kompilieren und .pipe test in welchen ordner dist ordner das ganze dann ausgegeben werden soll und so weiter kann natürlich auch verschiedene source quasi stern.js mit wildcards verschiedene javascript files zusammenbinden und genau das habe ich eben um jetzt da wieder zurück zu kommen zu meinem files das auch machen ich kann dann im prinzip bei dem bei meinem git zum beispiel diese ganzen source files hier nehmen die hier und kann die dann mit diesem galt file hier ich kann dann quasi galt einfach eingehen mit dem ordner und dann kann ich das kompilieren und ich kompiliere quasi alles also vor allem diese files hier jv 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 kompiliere ich dann eben mit es 2015 das ist eben diese javascript version zu einem p5 punkt jv genau minifiziert und so weiter kann man dann auch alles machen genau aber falls sie den quellcode lesen wollen und darum geht es ja eigentlich auch um zu verstehen wie diese treemap aufgebaut ist da ist im prinzip treemap js und treemap js das ist quasi die basis klasse das kann man sich hier nochmal schön anschauen also das ist natürlich einiges an quellcode es ist aber auch irgendwo quasi dokumentiert funktioniert so wie ich das gemacht habe mit dieser rekursion wie ich erklärt habe ich möchte das noch mehr zeigen ich habe hier auch noch bei dem git um es ihnen da mal schmackhaft zu machen auch diese readme files die sind auch markdown files die wir auch schon kennen da kann man quasi schöne so eine webseite anlegen da habe ich baut baut sein soll das kann beliebiges json file sein das irgendwelche sachen beschreibt nicht nur ordner strukturen sondern andere sachen auch dann gibt es hier wie installiert man das das heißt ich habe einfach diese script files die binde ich ein und dann habe ich dann eben so die basic usage erklärt wie so hallo welt beispiel und da gibt es auch eine dokumentation create gmap da kann ich verschiedene sachen wie corner oder inset irgendwie noch machen also das heißt einrückung und so weiter und habe da eben alle dinge meines plugins quasi alle das api nochmal erklärt was ich alles für funktionen da implementiert habe es gibt auch beispiele das heißt die kann man dann hier online gleich anschauen kann dann im prinzip hier verschiedene anschauen ich habe zum beispiel mal alle funktionen die mein plugin hat in ein beispiel rein das ist jetzt weg ach so weil es ja eben nicht mehr chibis heißt sondern anders genau genau das muss ich mal das muss ich updaten die links passen jetzt gerade nicht mal weil ich mich selber quasi umbenannt habe ich habe es aber hier auch moment ich habe es hier auch natürlich moment dann machen wir das natürlich über offline das werde ich dann noch umbenennen das heißt wenn ich jetzt hier fertig bin dann funktionieren die links wieder das heißt sie können sich dann die beispiele auch mal anschauen auf der github seite genau die heißen jetzt nicht nicht mehr die links hier das kann man einfach mal so auch genau genau treten ich habe ich habe dann im prinzip dass man auch sieht dass diese quasi das mapping das visuelle mapping kann auch anders aussehen ich kann ja hier da habe ich eine tree map das ist immer die gleiche json struktur da kann ich rein und raus zoomen indem ich draufklick also mit der linken maustaste kann ich in die ordner rein eine ebene rein und rechts wieder raus dann kann ich hier zum beispiel diese tief verschachtelten dinge reingehen da sind irgendwelche files drin das ist irgendwie ein projekt ordner von irgendein web projekt da kann ich einfach hier rein und raus klicken und das ganze eben jetzt hier online auch quasi als webseite machen ich habe dann diese tree map und ich habe hier noch eine weitere visualisierungs metapher implementiert die heißt sunburst das ist aber eigentlich das gleiche das ist im prinzip so aufgebaut dass meine wurzel ist innen der kreis und die außen sind im prinzip dann immer die die nächsten kinder sozusagen und die files selber die einzelnen blätter sind die farbigen dateien das kann man auch festlegen und ich kann da auch rein und raus ich kann hier quasi reinklicken ich kann zum beispiel hier sagen ich möchte gerne in diese datei in diesen ordner hier rein und dann sehe ich dann hier was liegt da drin da liegen hier verschiedene pngs drin da liegen hier noch irgendwelche javascript dateien drin da kann ich png files und css files drin ich kann dann wieder mit rechtsklick eine datei höher klicken so kann ich einen interaktiven browser irgendwo auch ja relativ leicht im web verfügbar machen also im prinzip diese gescannte json datei ist natürlich fest aber ich kann die jetzt quasi hier interaktiv durchsuchen indem ich diese dieses addon hier verwende das ich da eben auf github habe genau und die metapher kann ich mir natürlich aussuchen ich kann eben sunburst machen sunburst heißt eben deswegen weil es eben so sonnen ausbrüche von irgendwelchen protuberanzen sind das heißt in der mitte das ist kreisförmig angeordnet die größe kann ich quasi kein text platzieren wenn ich aber jetzt hier rein klickt zum beispiel dann sehe ich dann zum teil schon namen die dann auftauchen wenn wieder platz ist hier ist gerade noch platz hier ist kein platz denn wenn ich hier rein geht dann sehe ich dann aber auch die restlichen namen genau und die andere visualisierungsmetapher ist eben jetzt diese dream app die es hier gibt da kann ich eben auch rein und raus zoomen ja das sind jetzt verschiedene files einfach die man da hat oder das ganze eben noch als dieses mit diffs das heißt hier das ganze ist hier eben nicht als canvas objekt sondern als diff block visualisiert was auch seine vorteile natürlich haben kann weil natürlich diese diff blöcke irgendwo sagen wir mal responsive sogar sind das heißt unter umständen ich könnte jetzt das so machen dass die dann sich dem browser der größe anpassen hier macht es ja auch sowieso also das heißt das ist eh responsive aber es ist sogar würde ich sagen vom accessibility standpunkt aus noch besser weil das sogar im prinzip suchmaschinen lesbar ist oder ich kann da auch texte raus kopieren zum teil das ist dann auch noch gewisser vorteil bei dem diff genau und ich kann das natürlich irgendwie die farben und die formen natürlich festlegen ich kann die ecken abrunden ich kann die farben ändern weil der draw also das der vorteil ist bei der anwendung von dem ganzen dass natürlich diese das was ich hier als draw eben habe bei meinem fall dass ich ja moment dass ich diese draw function natürlich selber festlegen kann ich kann ja da die farben und die werte beliebig selber festlegen das heißt diese visualisierung ist relativ stylebar also sozusagen die kann man immer wieder ändern genau und den rest kann man hier einfach auch gut nachlesen das heißt wie das funktioniert also ich werde jetzt auch mal diese gleich mal diese pfade anpassen ansonsten können sie das ganze natürlich runterladen das heißt sie können das hier mit clone oder download runterladen also entweder mit git clone oder mit download zip natürlich dann können sie sich das anschauen sie können in dem ordner scanner eben mit diesem scannt ihr punkt pay das ganze natürlich irgendwelche datei systemen scannen und dann eben die visualisierung anpassen es sind ja eben examples drinnen und und ja im prinzip wäre es das eigentlich auch schon das heißt sie haben hier auch die erklärung wie sie was kennen und wie sie diese test json datei erzeugen sie haben sie haben sie die basic usage beispiel und daneben die dokumentation der einzelnen methoden die man da hat und befehle und so und da wäre jetzt einfach die aufgabe sich das nochmal selber anzuschauen also ich will jetzt auch nicht im detail erklären wie diese gmap selber zustande gekommen ist ja das können wir uns dann vielleicht in einem weiteren video noch mal anschauen was ich jetzt von ihnen haben will ist dass sie das einfach mal quasi machen nachvollziehen das heißt das kennen sich selber datei system sie laden sich quasi den code runter und bringen das ganze zum laufen und visualisieren ihr eigenes datei system dass sie da gescannt haben das wäre jetzt so eine aufgabe die man machen kann es steht ja alles da wie gesagt was sie noch machen müssen ist eben vielleicht diesen das ganze in so einer server umgebung laufen zu lassen weil es sonst nicht funktioniert aber das habe ich ja auch schon im prinzip erwähnt wie das ganze funktioniert hier mit diesem was wir eben schon hatten was hier ja schon läuft gerade dass wir hier diese den server im staat mit python m http server sie müssen dazu natürlich irgendwo diese peisen umgebung auch installiert haben also das funktioniert mit parsen 3 nur es gibt eine parsen 2 version auch die ist aber quasi syntaktisch leicht anders ich möchte jetzt auch gar nicht darauf eingehen weil wir denke ich eh in parsen 3 arbeiten ansonsten nehmen sie halt eine andere server umgebung also mit x amp oder mamp oder so kann man das natürlich auch machen und wo sie eben rein müssen und was anpassen ist eben also wie gesagt sie scannen erst die datei also die das datei system und dann dürfen sie halt bei der index datei die es hier gibt eben da sehen sie ja dass sie dieses p5gwis js ist das ist im prinzip die javascript datei die das macht dann geben sie einfach mal eben den namen an der datei die sie laden wollen und darstellen wollen und dann können sie da auch schon mal bei dem draw eben da versuchen das vielleicht zu verändern also wie das ganze eben dargestellt wird sie können dann eben da in der hilfe datei nochmal nachschauen und das ganze dann auch nochmal weiter anpassen und sie können natürlich in diesem ähm quale code nochmal schauen wie das funktioniert das heißt da ist ja dann äh genau der aufbau von diesen verheißen nochmal erklärt das heißt wie funktioniert meine dream map und es gibt quasi die gemeinsamkeiten von dream map und sunburst das sind ja einfach nur quasi andere mappings also das heißt da sind die mappings drin aber wie im prinzip diese visual structures aufgebaut sind das sieht man in der quasi elternklasse trivis und das kann man sich auch mal vielleicht nochmal anschauen wie die aufgebaut ist das ist im prinzip in dieser ecma script funktion und das ist eigentlich relativ lesbar denke ich mit irgendwo auch einigermaßen dokumentation dazu das kann man sich nochmal anschauen und das wäre eben jetzt die konkrete aufgabe das zu machen ansonsten ich verlinke das youtube video dann natürlich auch mit diesen github das heißt das werde ich dann auch noch mit angeben und da wünsche ich dann ansonsten viel spaß auch mit informations visualisierung mit dateisystems kennen sie können das natürlich auch gerne weiterverwenden das ganze das ist denke ich unter gewissen habe ich da eine lizenz dazu eigentlich nicht das heißt da haben wir eine das ist apache license unter der dürfen sie das ganze quasi verwenden in projekten wie sie das möchten und ja genau dann wünsche ich damit viel spaß und fröhliches visualisieren sozusagen genau so so